Ja und deswegen gehen wir jetzt in Blender rein und dort markieren wir jetzt einfach den Flieger, sagen Rotate um die Hochachse, das ist im Blender ja die Z-Achse und zwar 180 Grad, schwupps und speichern das ganze Ding ab, so und jetzt gehen wir in die J-Monkey Engine rein, hier sind unsere Models, so das schmeißen wir raus, Simple Plane und So, in diesem Video möchte ich mal ganz kurz auf das Problem der Achsen eingehen und zwar wir haben ja in Blender diesen Flieger gemalt und in Blender haben wir gesehen, dass wir eine Z-Achse haben, die nach oben geht und die Y-Achse in diese Richtung haben wir in den Flieger ausgerichtet. Wenn wir diesen Flieger aber jetzt 1 zu 1 in J-Monkey Engine importiert haben, dann sieht es so aus, dass die Y-Achse nach oben zeigt und die Z-Achse nach hinten. Das heißt, anderes Koordinatensystem. Von vorne angeguckt, sieht es so aus, dass wir die Y-Achse natürlich wieder nach vorne im Blender und die X-Achse jetzt hier von der linken Flügelseite zur rechten Flügelseite haben und in der J-Monkey Engine wieder Z-Achse in die Gegenrichtung, aber X ist identisch. Von vorne ergibt es dann im Prinzip wieder das, was wir ohnehin schon bei den anderen gesehen haben, Z nach oben, X in diese Richtung und bei J-Monkey Engine Y nach oben. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal dreidimensional anschauen, dann ist das jetzt unser Blender-Koordinatensystem und das unser J-Monkey Engine-Koordinatensystem. Das ist grundsätzlich jetzt mal kein großes Problem, weil die ganzen Achsen tatsächlich übereinstimmen mit Ausnahme der Y-Achse Blender und Z-Achse von der J-Monkey Engine, die sind unterschiedlich. Und da haben wir jetzt eben das Problem, dass wenn wir das Flugzeug genauso ausrichten, wie wir es jetzt sehen, in der J-Monkey Engine ist es eigentlich falsch rum dasteht. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt einfach drehen, das Teil so hin. Das heißt, in Blender sieht es jetzt, ich sag mal, in die falsche Richtung. Dafür haben wir in der J-Monkey Engine es in die positive Z-Richtung. Und das ist genau das, was wir haben wollen, damit wir uns bei den ganzen Positionsberechnungen leichter tun werden. So, und dann lade ich den Simple Plain Blend, öffnen, Next, Finish. Jetzt müssen wir hier noch in die Plain Behavior reingehen und dieses Minus wegnehmen. Wir haben ja den Offset nach hinten gesetzt. Das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier die Richtung von meinem Z-Wert auch ändern. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich drehe das Ganze Ding jetzt. Also ich rolle und es funktioniert auch wunderbar. Was jetzt noch ein Problem ist, dieses Nicken. Das funktioniert jetzt natürlich in die falsche Richtung, weil wir haben den Flieger ja gedreht. Das heißt, jetzt muss ich hier... Wo haben wir das? Das müsste eine Plain Control sein. Control Update muss es sein. Pitch, Pitch. Hier drehen wir jetzt einfach die Vorzeichen um. Schauen wir mal. Ich drücke jetzt auf K, gehe nach oben, I, gehe nach unten. Wunderbar. So, K, I. Gut. Dann haben wir das Problem auch erledigt. Gut, dann wird es im nächsten Video dann um die Bewegung des Fliegers gehen. Und das, ja, mal gucken, wann ich Zeit dazu finde. Bis dann. Viel Spaß beim Nachbauen. Dann öffnen Sie mich. WrestleMania 4. Das war's Wunderbar. Dann halt. Zอง.